So, hi. Wow, guck mal an Angelina. Soll ich dir zeigen, was ganz cooles ist, Papa? Diese Puppe ist cool, oder? Ja, komm mal her. Komm mal her, Angelina, guck mal. Angelina, komm mal her. Nimm die mal. Halt die fest. Ja. Guck mal, wie schön die ist. Soll ich zeigen... Guck mal her, Angelina, guck mich an. Die ist schön, oder? Soll ich gucken, was ganz cooles ist? Aber die Puppe ist sehr hübsch. Ja, ich werde ihm zeigen, oder? Ja, zeig mal her. Schnellst du die wieder zurück, Tess? Ich will das haben und das. Und ich will das kaufen. Jetzt. Jetzt kaufen. Ja? Ich hab Mamas nur. Kann ich kurz rum, dass sie hier rauskommt? Kann wir kaufen? Wow. Das ist cool. Ja. Richtig groß, ne? Mhm. Ich glaube, das kostet irgendwie so 40 oder 50 Euro. Wo? Der passt da nicht rein. Ich kann rennen. Papa, lass die drei Sachen, die ich film. Gleich. Ich filme was mit Angelina, okay? Yeah. Ich bin scheiße. Genau. Das ist ja.